ja hallo vielen dank mein name ist immanuel kiffer von der firma power with it solutions heute aus dem home office wir helfen kleinen und mittleren unternehmen bei der datenschutzkonform digitalisierung also insbesondere die technische umsetzung der datenschutzgrundverordnung und liefern dann die passenden lösungen zum festpreis kleines beispiel aus der praxis sie sitzen an der monatlichen buchhaltung kurz vor der abgabe oder haben ein wichtiges projekt deadline muss morgen fertig sein zack nichts geht mehr egal ob es jetzt ein hardware schaden ist verschlüsselungsvirus meistens ist jetzt der ablauf man hat vielleicht den kontakt man sucht sich irgendwo einen itler oder es gibt noch den guten spezel den man fragen kann aber jetzt haben wir die situation wir wissen ja nur wie sich das problem äußert wir kennen ja die ursache ursache nicht und egal ob wir jetzt alleine sind soloselbstständig oder mehrere mitarbeiter haben die ganze it steht die ganze produktivität sinkt an der stelle jetzt aufwendig einen fehler zu suchen ohne zu wissen ob es überhaupt ein ergebnis gibt und was man dafür kosten hat man zu den ausfallkosten ist der reguläre ansatz wir arbeiten hier einfach mal anders weil wir sagen meistens stämme in der situation dann auch noch fest datensicherung hat man mal eingerichtet aber ob die wirklich gelaufen ist weiß ich nicht das hört man so als standard wir haben unser brauer wird betriebsmodell das heißt wir kümmern uns präventiv darum dass eine datensicherung läuft überwachen den erfolg und prüfen auch ob man die daten hat und gegen sichern kann nur als kleines beispiel also die lösung sind unsere power betriebsmodelle inklusive hardware software bei bedarf lizenzen betrieb und regelwarten was machen wir jetzt anders da wir informieren warum rein technische lösungen heutzutage äußerst kritisch zu betrachten sind und oft unserer erfahrung nach von unternehmern gar nicht hinterfragt werden das ist möglich weil wir sehr strategisch arbeiten wir wollen sie persönlich ihr unternehmen ihre herausforderungen kennenlernen wir geben nicht einfach blind links ein angebot ab ohne zu wissen was da eigentlich auf uns beide zukommt das heißt wir nehmen uns die zeit für ein erstgespräch um einfach ein bisschen besser zu verstehen wo ihre herausforderungen sind und wo wir sie dann auch ideal unterstützen können bestehende lösungen vielleicht noch effizienter einbinden können weil ich bin überzeugt dass it und technik ein arbeitsmittel ist welches wir wirklich effizient für sie einsetzen wollen und nicht nur das notwendige übel wir arbeiten wirklich ausschließlich präventiv mit vertragskunden zusammen wir spielen nicht einfach nur it feuerwehr damit auch für unsere kunden wenn mal was außerplanmäßiges ist wirklich zeit haben und schnell reagieren können ganz nebenbei erfüllen alle unsere lösungen die technischen anforderungen der datenschutzgrundverordnung und an it sicherheit bei t geht auch anders da als das notwendige übel ich freue mich auf den austausch in der breakout session gerne auch bei einer kostenfreien erstberatung im manuel kiffer für die firma pfaube nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020